Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge Oxenfree. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen uns auf den Weg zum Main Street. In der Hoffnung, einen Schlüssel zu finden, mit dem wir dann in ein Haus einbrechen können von irgendeiner toten alten Toller, die irgendwie mit Geistern im Verbund steht und die uns jetzt alle heimsuchen und, äh, ja, why not. Oh man, ich bin echt mal gespannt auf die Auflösung in diesem Spiel. Der Grand Final. Mal gucken, was dabei rauskommt. Gut, aber erstmal wieder durch die Map, durchcruisen. Jonas, brauchen wir wieder Ewigkeiten? Mensch, ich hätte mir echt einen Hund mitnehmen sollen. Wer ist zehnmal schneller als du, du Flachpfeife? Okay, ganz ruhig. So, ja, mir gefällt euch das Spiel denn bisher? Also ich finde es cool. Es passiert einfach irgendein random shit die ganze Zeit. Musik ist geil, der Artsteel ist geil. So, wo wollen wir hin? Zum Epiphany Feel Better. Ja, es wird auch nicht mehr allzu lang gehen, glaube ich, weil ich habe irgendwie gelesen in Kommentaren auf Steam, dass das Spiel irgendwie drei Stunden geht oder so. Ja, ja, whatever. So, wir müssen jetzt links lang. Ja, wir müssen links lang, oder? Ne, wir müssen erst runter und dann links. Ah, ja, hier unten. Ich bin sorry, ich bin. Ich wollte nicht, dass es so weit geht. Ich bin ein Moment auf, das ist eine Befanie. Und ich möchte auch den Boden, um zu verlegen, 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 um zu verlegen. Aber du hast vielleicht gehört, dass ich, äh, nach einem Moment in den Ktochen ging. Ich bin nie in den Ktochen, aber ich habe mich auf einen Mann und wurde in den Ktochen gelegt. Und ich wollte, dass ich einfach wissen, dass es nicht so etwas, wie ein Ding auf der Kopf war oder was. Warte mal, wo gehe ich hier gerade lang? Da ist... Ah, wir müssen weiter runter, okay. Ach, komm mal, hier ist das Haus. Okay. Sag es, ich bin ein guter Mann. Okay, all right, ich bin ein guter Mann. Let's just move on. Warte, wir müssen... Discovery... Ja, doch, wir müssen zu den Cliffs, okay. Weiter geht's! Alles klar, jetzt haben wir einen Typ mitgenommen, der irgendwie... schon mal jemanden fett verprügelt hat, dafür... die Zucht anschalten musste. Mal gucken, was das hier alle noch gibt. So, was denn hier schön ist? Peicht da rein? Ich kann hier nicht rein. Nein. Okay. Oh, die Musik wird dramatisch. Was ist hier los? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Ich wünschte, ich hätte ein Schrotgewehr. Main Street. Ja, da wollen wir hin. Go to town. Nö. Puh. Stille. Ach, die sind wir hergekommen. Stimmt. Ah. Weil meine Mutter ein Methodist ist. Aber ich weiß nicht. Ich habe nur gefragt, ob du warst. Okay. Aber ich meine, komm mal, Jonas. Du weißt, dass das alles komplett bunt ist, oder? Vielleicht gibt es etwas, aber es ist kein Mann, auf eine Cloud. Ich sage nicht, dass es ein Mann, aber du denkst, dass es vielleicht ein Mensch gibt, oder sogar ein Ort, wo du gehst, nach dem du sterben? Oder etwas wie ein Spirit? Ein Mensch, vielleicht? Vielleicht? Wie ein Prime-Moverer? Ist das? Oh mein Gott, ist das Clarissa? Ach, neul? Was ist denn schon wieder los? Komm runter da! Ohhhh. Nicht schon wieder. Okay, Radienhaus. Okay, los geht's. Wenn du mir mal deine Hilfe bringen kannst du... Ohhhh. ... Ohhhh. Du denkst, du kannst mich kontrollieren? Klarissa? Ich... Ich versuche dir zu helfen. Das ist... Das wird... Hilf mir. Hilf mir. Wie wird das hilf mir? Ich bin gespannt, dich zu sehen. Ja, ich habe immer so gedacht, dass ich so etwas wie das. Es hilft die anderen. Ren und Nona, sie haben durch das... Durch was? Deine Kinder haben sich durch nichts getan. Wenn du weg bist, die kleine Maschine hat keine mehr Herz als ein Gehirn. Was ist das Herz? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Und Jonas, was... Was ist das alles? Ich weiß nicht. Clarissa, bist du okay? Stärkig, einfach einfach einfach. Ich bin gut. Ich bin gut. Okay, einfach einfach langsam. Du hast... Du hast einfach etwas gemacht. Zurück zur normalen, ich hoffe. Zurück zur normalen? Was ist das eigentlich... Wie kam ich hier? Wir... Ich denke, wir haben uns gedacht, dass du uns das kannst. Es gibt, wie... Zeit... Distürbungen oder so. Und ich denke, das ist das, was die Leute umgekehrt wurde. Also... Und... Wir hatten nur noch einen. Zeit-Disturbungen... Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Wait, es ist Clarissas turn already? Ja, es ist mein turn. What do you mean, es ist Clarissas turn already? Oh, jetzt geht das wieder los. Everyone's asking me, I get to do the asking now. Oh, guys, okay, I know you think we're still playing Truth or Slap or whatever, but this isn't real, so... Wait, Clarissa hasn't gotten the chance to ask something yet, so... Awww... Und du, von allen Leuten, solltest du wissen, was meine Frage sein wird, denn ich werde es nicht verraten. Alex, was hast du gemacht? Explain, warum ich und meine besten Freundin... Und dein, die besten Freundin... Schau, wenn wir in die Cave haben, haben wir ein... Ding. Und ich benutze die Radio, um es zu tunen, und... Ich denke, es hat alles angefangen. Ich verstehe. Aber ich meine, komm mal, wie, wer wusste, was das passiert? Wir wussten, dass es ein weirder Trick der Licht oder so ist. Jonas, now you're seeing who you're stuck to, until graduation. Clarissa, seriously, I can vouch for this, this isn't her fault. It has to be her fault, of course it's her fault. There's no other way this story goes. Don't listen to her, okay? She's pissed at the world, and she likes to take it out on me, and... And none of what's happening makes any sense anyway. I'm not, it's not a... No, come on, Clarissa, let's not do this right now. You're gonna learn, Jonas, I swear to God. The town looks at her like she has a red letter tattooed on her frickin forehead. Clarissa... And the giant lit up Christmas tree reason why is that Michael is dead because of her. Ach, now I'm sorry. It would take a very sick person to see it that way, and I would love to hear the explanation. Michael was gonna leave town. He was free, he was out of here until this one convinced him to take her swimming for one last... God knows what. And he drowned. He drowned in Horn Lake while this one could barely flap her arms. Clarissa... It doesn't make it my fault! Anyone could have been there, anyone! And then they would have had to watch him die, you unbelievable prick! Anyone wouldn't have watched him die, Alex. Anyone else would have done something. Okay, enough, seriously. This is... Clarissa, this is so... I... I can't even believe we're talking about this right now. She's... Jonas... It was awful, alright? It's still awful, and I... I know. I know, it's okay. I know. But right now we're gonna break into that office, and we're gonna find the key. And we're going to go home. No. No. What do you mean no? All the outs and free. So let's... So let's... Carissa is the Böse. We're gonna find the key. We're gonna find the key. And we're going to go home. No. No. What do you mean no? All the outs and free. So let's... So let's... So let's... Okay. 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 Oh... Oh, 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 oh. Let's see if Rin's plan was a good one or not. Cross your fingers and hold your thumbs. Oh, I can hear something. Yeah, ein neues Radio. Cool. Ah, wait, look at this. Personal effects of Margaret Dorothy Adler. Aha. Jetzt lass sie doch mal ausreden. Steal a boat and leave. Aber wir müssen doch denen erst die anderen holen, oder? Nein. Well, this is going somewhere. Wait, isn't she dead? Didn't she die, like, yesterday or something? It's dated a month ago, but... Here, just listen. I've been compelled by both forces outside my control and my own willful concern for the safety of others to conceal the many truths about Edward's Island. But now, I feel any further inaction may carry a far greater risk. Forces outside our control? Wie, wie Ghosts, oder die Armee, oder was war sie über? Ich weiß nicht. Innerhalb, du findest du zwei Radios gelegt. Ich habe die alten Kardinal Station 140.1 und benutzt es um die Begriffe an die Begriffe auf die Begriffe, die in der ganzen Begriffe in der Nähe. Findet diese Begriffe in den Nachrichten, und herausführe die wirkliche Chronikale der Isle. Oh, Schraubengerhunt! Schraubengerhunt, Schraubengerhunt! Hmph! Oder wir können herausfinden, was hier passiert ist, und ein bisschen Spaß haben, oder? Weil, wo ist denn der Spaß, wenn wir jetzt einfach nach Hause gehen, ne? Okay, auf jeden Fall, Clarissa müssen wir sofort umlocken, wenn wir sie sehen, weil sie ist das Böse in Person und muss vernichtet werden. So. Warte mal, sieht's denn jetzt nicht anders aus? Ne, ne? Farben sind nur anders. Okay. Steal a boat and leave. Beacon Beach. Ach, da waren wir ja vorher. Hä? Ach, nicht schon wieder. Oh, das ist Michael. Hey, Michael, wir... didn't bring drinks. Did we? Wait, Michael? Uh, yeah. What is it? Wha... Ha... Why am I here? What? You don't wanna hang out at the beach? There's stuff in town, but it's all boring knick-knack shop. No, I mean in this... time period. Aw, jeez. You're hitting the existential nostalgia trip already? I get it, Alex. I would have been happier in the 70s. The 70s. It's like the worst time. Where's... Where's Jonas? Jonas? Who's Jonas? Is someone else coming? Yeah, is that a friend of yours? He's just... He's just a friend, but he was... Well, I mean, if he's here, there's only two places he could be. The beach or the town. Yeah, it's a small island. I'm sure you'll run into him. Today turned out to be... A flawless day. It really did. Yeah, no, it did. It really did. I wanted to bring a kite, but thought you'd laugh at me. Is it really quite insane, what's happening right now? I'm just sorry, that apparently nobody realizes how insane this is. I know, right? Nobody really appreciates it, when conditions are this good? No, it is perfect ice cream and tennis weather. That is rare. What the fuck? Jetzt sehen wir unseren Bruder nochmal sterben, oder wat? Super duper. Oh... It's been a spell since we did something, right? I feel like I haven't talked to you in a while. How have you been? What's been going on? How's classes? How's... What's his face, Mr. Collins English? Truthfully, I've... I've... Can't I just come with you? I'll take two seconds. Think of something to tell me. Okay. So... Uh... Uh... Do you... Well... I guess you don't remember anything, right? What am I meant to remember? I'm sorry, did I forget something? Uh... Forget it. I think that doesn't mean anything to talk about. Um... I'm glad we could all do stuff today. I'm glad you were cool with it. I mean... I know you guys are really close and like... I know it can be annoying when somebody starts keeping all their time for their girlfriend or whatever. So... I think it would be cool if we could like... Continue to do things together. Yeah, I... Totally understand. And... Yeah, let's... Do stuff. You know. Cool, cool. Michael, uh... He loves you. Like, a lot. I'm sure you know that, but... He talks about you all the time. Oh, Alex did this. And... Alex let the frogs out in science class. Isn't she hilarious? Thanks for... Telling me. Yeah, of course. Had to fight the skipper for it, but... He didn't reckon how many squats I could do. What's it up to? Six? Only on burrito days. On non-burrito days, it's like eight. Actually, Clarissa and I had a nice chat while you were away. Kinda sorry to see you back so soon, to be honest. Oh, really? I'm sure Alex sold you on how I lock her in the basement and treat her like a shaved monkey. The version I heard was you trap her in the greenhouse. No, it was perfectly fine. Perfectly amicable. Amiable. It means the same thing. Sorry. So... I actually really want a cold... something. So I'm gonna run into town and get like a soda. Anybody want anything? Ähm... Nah, I'm good. Yeah. Get me a drink too? Sure. I'll be back. Äh... Ach so, sie geht jetzt das Getränk geholen, er stirbt. I want the news. I want the Alex first edition. What's going on? Oder ist das jetzt hier so Afterlife-mäßig, dass du jetzt einfach nochmal ne Chance hast, mit ihm zu reden? Hey, come on. I've missed you too. And I know I've been hanging out with... Princess, but... It's a two way thing. You can knock on my door. We live in the same house. We gotta bring back movie night. And board game night. Yeah. Sure. And look. I know this was supposed to be our day. But I completely forgot I promised Clarissa I'd do something with her, so... Thanks for the chaperoning. I know it's not what you had in mind, so... Yeah, no problem. Just don't get all smoochy smooch while I'm in the general vicinity. Because that would ever happen. It's important to me that you like Clarissa, Alex. So tell me the truth. What do you really think of her? Oh, God. Do what you want, man. Don't ask me for advice. Okay. I'm taking that as endorsement, just so you know. Yeah. I don't like my new one. I feel like I got shoes on my arms or something. You know what, Bucko? Oh, it's starting to flimmern. Oh, it's starting to flimmern. Oh, you haven't called me that in years. Oh, you're grausame Schweine! What? Oh, I can't remember. Alex, are you all right? Okay. Are you back? You've been acting super weird for like the last five minutes. Do you, do you know that? I mean, I let it go for the first two, but... Jonas, I just saw... I think I just saw my brother. Wait, what? Where? Here? Is he... Did you see him somewhere here? I was... It was like those time loops we've been experiencing, right? This was... It's like we've been having ripples and this was a wave. I was bumped all the way back to when Michael was still alive. Just now? Just now, yeah. Ich hab auch keinen Plan, was hier abgeht. Guckt mir nicht so drüber an. So, wie komm ich denn jetzt? Hä? Doch, dahinten geht's runter, oder? Aber alle anderen sollen auch hier sein, dem Bild nach. Also müssen wir, glaub ich, hier lang. Hm. Das Spiel ist ein totaler Mindfuck bisher. Kann man nicht anders beschreiben. So, aber bevor wir jetzt hier wirklich weitergehen... Ich glaub, es wird wieder Zeit... Oh! Nein! 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 Halt, stopp! Bevor es hier weitergeht. Das war's wieder für eine Folge Oxenfree! Ich danke für mal fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Waiten! Ich weiß noch nicht.